Mir hat sie großartig gefallen, weil das, was hier an Standbau ist, man sagt ja Metallbearbeitung, hier wird wirklich spanabhebend gearbeitet, ist sensationell und das ist eine der allerbesten Industriemessen der Welt. Für Hannover super, super gut, ganz viel Fachpublikum und das Thema Digitalisierung, Industrie 4.0, was in Hannover mal geboren wurde, passt auch perfekt zur Emo, von daher eine ganz tolle Veranstaltung. Selbstverständlich sind wir in ganz engem Austausch mit dem Veranstalter VdW. Für uns als Deutsche Messe ein ganz besonderes Verhältnis, weil seit Mai die Manager der Messe hier schon auf dem Gelände sind, wir zusammen die Messe erarbeitet haben, das ist viel intensiver als bei anderen Gastveranstaltern. Werkzeugmaschinen werden immer gebraucht, die Produkte werden immer gebraucht, die Emo ist eine Weltmarke und ich bin sehr optimistisch, dass wir die Erfolgsstory hier dann weiterschreiben.